Guten Morgen Trader, es ist Dienstag und wir schauen wie immer auf die Märkte. Heute der Blick in den US-amerikanischen Dow Jones. Dann blicken wir auf Euro, Austral, Dollar und das Währungspaar, britischer Fund, Neuseeland, Dollar. Das alles heute natürlich wie immer live in den tickenden Charts. Und für diejenigen, die hier direkt auch am Schirm sitzen, die Gelegenheit den ein oder anderen Wunschmarkt auch analysieren zu lassen. Von meiner Seite her freue ich mich immer über viele Zuschauer und danke für die guten Morgengrüße. Die gebe ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne zurück und wünsche allen hier auch einen schönen Start in den Dienstag. Bevor wir natürlich loslegen, wie immer der Risikohinweis an dieser Stelle bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit blicken wir einfach einmal auf die heutigen wichtigsten Nachrichten. Hier erst einmal mit Blick auf Deutschland, Großbritannien und natürlich die USA. Das Ganze los geht es heute am Dienstag. Wichtiger Termin nachher um 10 und zwar die IFO-Geschäftserwartungen. Da bekommen wir alle Informationen über das, was die Firmenlenker hier in Zukunft erwarten. Wie die aktuelle Lage ist und natürlich auch den gesamten Geschäftsklimaindex für Deutschland. Mal sehen, wie das wird. Die anderen Wirtschaftszahlen haben ja in der Vergangenheit schon Abschläge gesehen. Und wir sehen in den Nachrichten auch immer wieder, dass aktuell gerade die produzierenden Teile in Deutschland schon mit rückläufigen Aufträgen zu kämpfen haben. Das heißt, dort haben wir eine leicht rezessive Phase, wo es gut ausschaut. Das ist halt einfach der Sektor der Dienstleistung und natürlich auch all das, was die neue Industrie angeht. Das heißt, all das, was im Internet passiert, Softwareunternehmen, denen geht es natürlich noch relativ gut. Aber alles, was so in Richtung Export geht, da fallen auch die Automobilhersteller drunter, die haben natürlich momentan arg zu kämpfen mit dem, was auf unserer Welt gerade passiert. Mit dem leicht rückläufigen Weltwirtschaftswachstum, mit den Exporterausforderungen, die beispielsweise auch in Asien geschehen. Und all das Ganze initiiert durch die Streitereien zwischen China und den USA. Das Ganze beeinflusst dann natürlich auch all das, was im Export passiert. Das werden wir also nachher sehen, wenn wir hier um 10 die Daten bekommen. Um 12 Uhr bekommen wir hier die industrielle Trendumfrage in Großbritannien. Auch das wichtig für die Wirtschaft. Auch in Großbritannien hören wir nichts Gutes. Die Wirtschaftler sagen dort, das Thema harter Brexit wird uns sehr, sehr brutal treffen. Mal sehen, wie es ausgeht. Wir sehen auf alle Fälle schon, dass die Wirtschaft dort auch deutlich angegriffen ist. Aus den USA bekommen wir dann um 16 Uhr das Conference Bot Verbrauchervertrauen für den Monat September. Und um 22.30 Uhr hier den API Rohöl Lagerbestand. Letzte Woche war es ja so gewesen, dass der leichte Zuwachs von 592.000 Barrel dort gewesen ist. Mal schauen, was wir diese Woche sehen werden. Auf alle Fälle wissen wir ja, der Ölpreis ist ordentlich unter Feuer und steht momentan so ein bisschen auf der Stelle. Klar geht es immer mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aber so richtig von der Stelle kommt er momentan noch nicht. Da werden irgendwann entscheidende Bewegungen auch mitkommen. Das haben wir also hier und heute auf der Agenda. Eine Kleinigkeit gibt es noch hier um 16.30 Uhr. Da spricht der EZB-Vizepräsident zu uns. Draghi hat ja, wenn ich das in der rechten Erinnerung hatte, gestern auch gesprochen. Ja, er hat einfach gesagt, dass es entsprechend kurz zusammengefasst, die EZB steht bereit, der Wirtschaft hier in der Eurozone weiter unter die Arme zu greifen, weil es gibt gewisse rezessive Anzeichen und die Wirtschaft wächst halt einfach nicht so, wie Draghi sich das vorstellt. Das Ganze werden wir dann in den nächsten Monaten auch begleiten dürfen. Dann allerdings unter anderer Führung das Hollagard am Ruder und wird uns steuern, zumindest was das Thema der Notenbank angeht. Gut, schauen wir hier weg von den Nachrichten rein in die entsprechenden Charts. Das Ganze wie immer hier live tickend mit dem Stereo Trader im Meta Trader. Übrigens, ich weiß, wir haben immer mal wieder neue Zuschauer und diejenigen, die es noch nicht wissen, wie sie zum Stereo Trader kommen, möchte ich das Ganze noch einmal kurz zeigen. Und zwar an dieser Stelle einmal auf der Website von Tickmill. Also geht es einfach mal auf die Tickmill-Website. Ich ziehe die mal ganz kurz rüber hier an dieser Stelle. So, da haben wir sie. Und das ist die Website. Hier sehen wir auf alle Fälle auch mal wirklich sehr, sehr gute Konditionen. Also sehr kompetitiv das Ganze hier. Und hier finden wir dann auf dieser Seite auf alle Fälle auch den Blog. Da können Sie jeden Morgen nachlesen, was ich hier so schreibe, beziehungsweise dann in der Live-Session mit weitergebe. Und beim Thema Ausbildung gibt es die Webinare. Und dann haben wir hier die Werkzeuge. Und bei den Werkzeugen einfach auf den Stereo Trader klicken. Und dann können Sie dieses Tool für Ihre Trading-Vorteile mit nutzen. Und damit gehen wir rein in die Charts an dieser Stelle. Sehr schön hier, was wir gesehen haben im Währungspaar britischer Fund Neuseeland-Dollar. Wir sehen hier oben diese dicke Latte liegen bei dem Wert von 2,0 hier oben. Also 2 Neuseeland-Dollar im Währungspaar. Ich zoome das mal ganz kurz ein klein wenig zusammen. Da sehen wir, wo es herkommt. Hier hinten hat es Beachtung gefunden. Hier hat es Beachtung gefunden. Und hier schon wieder. Das heißt, das ist aktuell eine Benchmark, wo es gar nicht so ungewöhnlich ist, sage ich mal. Dass wir dort oben, wo wir angeschlagen sind, auch ein bisschen eine regressive Phase bekommen. Das ist schön. Das ist interessant zu sehen. Wir haben hier, wie schon gesagt, am Freitag mal reingeschnüffelt. Gestern haben wir dann das Umkehrsignal bekommen. Das heißt, bis Freitag, wenn wir uns mal diese lange dynamische Aufwärtsbewegung hier anschauen, war der untergeordnete Bewegungstrend. Den sehen wir sehr, sehr schön auch in der Stunde. Absolut okay. Gestern kam es zum Bruch. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wird es hier weitergehen. Dreht der Markt auf der Stelle rum. Jetzt zoome ich mal wieder etwas näher ran, dass wir es besser sehen können. Wenn er hier unten auf der Stelle rumdreht, gut, ganz klar, dann wäre das hier ein positives Zeichen. Zumindest erstmal kurzfristig, weil dann können wir nach oben wieder angreifen. Das heißt, Attacke auf das Tageshoch von gestern. Hier um die Marke von 1,99201. Beziehungsweise, wenn wir einmal dabei sind auf dem Weg nach oben, natürlich steht dann wieder im Raume ein erneuter Test dieser Widerstandsmarke hier oben. Das muss aber einhergehen mit einem Richtungswechsel. Den sehen wir momentan noch nicht. Was wir momentan sehen, ist, dass der Markt weiterhin ein bisschen Schwäche zeigt. Und wenn wir jetzt mal auf die Unterseite schauen, dann haben wir hier unten so ein paar Marker liegen. Die schauen wir uns gleich auch im Stundentrend an. Das sind nämlich Tiefs im Aufwärtstrend der Stunde. Und da liegen häufig auch Absicherungsorders von denjenigen Tradern, die das Ganze nach oben gehandelt haben. Und wenn die mit Verkaufsorders dort aktiv werden, dann schiebt das den Markt natürlich nach unten. Weil plötzlich die Verkaufsseite im Orderbuch stärker wird. Und dadurch haben wir einen Angebotsüberhang, was dann entsprechend häufig für fallende Kurse sorgt. Oder immer für fallende Kurse sorgt, wenn wir ein größeres Angebot haben. Es sei denn, es findet sich kein Handelspartner. Dann steht der Kurs natürlich still. Was wir in der Regel nicht haben. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Bevor wir in die Stunde gehen, nochmal ganz kurz im Tagesschart. Wir haben natürlich auch noch hier ersichtlich ein weiteres Auffanglevel hier. Der nächste Support, den wir schön im Tagesschart sehen können, ist dieses Level hier oben um die 1,93,700. Tiefe haben wir auch noch hier. Das aktuelle Trendtief, das aus dieser Sicht. Und jetzt schauen wir mal in den Stundenchart hinein. Und hier sehen wir es. Der Markt, der trendet momentan nach unten. Hier hat es rausgenommen. Da war das Korrekturtief. Des Tages, also hier vom Aufwärtstrend, den wir schön in der Stunde sehen. Wir laufen jetzt also runter. Und wenn das Ganze sich fortsetzt, wie schon gesagt, dann haben wir Anlaufmarker. Und die, die ich hier schon im Tagesschart gezeigt habe, das sind Tiefs, lokale Tiefs aus den Korrekturen, die wir hier sehen in der Stunde, die hier nach oben gelaufen ist. Hier dieses Level auch, ja, das ist von Beachtung gewesen. Wir sehen also hier die Marken von 1,96,955. Hier unten ungefähr die 1,9635, 1,964. Und dann hier dieses Tief bei 1,94,517. Das ist das, was wir auf der Unterseite immer mal auch anschauen können. Und dass sowas durchaus Relevanz hat. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf ein anderes Währungspaar reingehen. Das sehen wir hier aus der Handelsidee, die wir hier vorgestellt hatten. Wo wir einfach diese bärische Flagge gesehen hatten und dann den Markt nach unten getradet haben. Da haben wir auch gesehen, von der Zielplanung her, wo könnte denn hier weiter der Druck nach unten kommen. Und wenn wir uns mal kurz diese Flagge anschauen, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz hier rein, dann sehen wir schon gute Anlaufpunkte und zwar im Aufstieg. Das heißt, schaut euch das mal an. Hier haben wir Level, hier haben wir Level, hier haben wir Level, da hatten wir Level. All das waren halt Punkte gewesen, die an diesen Marken halt auch wirklich für Schub gesorgt haben. Und wenn man auch mal sieht, wo der Markt hier angehalten hat, das ist schon relevant. Das ist nicht immer so, aber sehr, sehr häufig. Das heißt, diese Marke haben Relevanz. Schaut mal hier drüben. Hier haben wir angehalten, wo war es gewesen, da und dann kam plötzlich der Schub nach unten. Wohin sind wir gelaufen? Hier in dieses Level rein, dann war plötzlich alles weg, da kam es zur Korrektur und dann sind wir wieder nach unten geschoben. Und dann sind halt diese Marke halt da und das kann man gut zur Planung nutzen. Und wir planen jetzt weiter, indem wir auf das nächste Währungsbau rüber wechseln und zwar hier zum Euro-Austral. Das Ganze wie immer auch auf technischer Sicht bitte auch an diesen Stellen immer das Thema Zentralbank-Nachrichten auch mit auf die Agenda nehmen. Informationen gab es heute Nacht auch aus Australien, dass dort die Wirtschaft auch etwas eingeschränkt laufen könnte. Das heißt, es könnte etwas volatiler werden. Das große Bild ist noch in Ordnung, aber es könnte volatiler werden. Und damit blicken wir jetzt mal hier in den Chart rein. Euro-Austral-Dollar aktuell hier, wir sehen es, in einem Abwärtstrend unterwegs, schön in die Korrektur reingelaufen. Also in hervorragender Manier. Und hier oben, hier um das Ausbruchslevel oder hier haben wir ja erst einmal das Trendbildungslevel so rum. Also das ist der Ausbruch, der dann zur Trendbildung gesorgt hat. Hier bei 1,63,091. Da ist dem Ganzen die Luft ausgegangen. Gestartet hier unten am Support bei ungefähr 1,58,95 hatten wir hier das Tief gehabt. Sind wir schön nach oben geschoben. Sieht man auch im Stundenchart etwas trendig. Jetzt haben wir hier oben die Luft ein bisschen dünner. Und hier sehen wir, gestern gab es den Abverkauf. Das heißt, in der Stunde trenden wir auch schon runter. Wenn wir den Chart nach oben mal anschauen und wir sehen, es kommt plötzlich wieder stärker ran. Natürlich haben wir dann kurzfristig auch ein paar Ziele drinnen liegen. Das wären hier mal die beiden Tageshochs, die wir haben. Vom Montag und vom Freitag bei 1,62,849. Und hier die 1,62,974, bevor wir dann hier in den Widerstandsbereich schon wieder einbringen. Allerdings, wenn sich die Korrektur noch etwas weiter nach unten fortsetzt, beziehungsweise hier, das wäre ja die, sage ich mal, die Gegenbewegung zu diesem starken Aufschub, das wäre die Korrektur, dann müssen wir uns auf die Unterseite schauen. Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal anschauen, im Sinne dieses Abwärtstrend, dann haben wir hier oben doch eine schöne Umkehrsituation. Das heißt, das ist ein gutes Indiz dafür, dass wir hier oben umdrehen und wieder die Richtung nach unten anlaufen. Und dann können wir schön planen auf dem Weg zum aktuellen Trend. Tief hier unten, wir haben es ja liegen, die Marke von 1,58,949. Das ist der Weg nach unten. Und hier sehen wir auch wieder ein paar schöne Anlaufpunkte. Ich ziehe die immer aus der untergeordneten Zeiteinheit raus, deswegen blicken wir mal kurz in den Stundenchart hinein. Und hier sehen wir auch schön die Umkehr. Der Markt, der trendet schon wieder schön nach unten hinein. Und der Weg nach unten ist halt weit und gut gegeben. Und wie schon gesagt, Anlaufmarker haben wir hier. Das hier war ein Tagestief bei 1,61, 4,66. Aber dann haben wir hier, wenn wir das mal etwas weiter zusammenzoomen, halt auch hier dieses Level auch, wo der Markt nach oben geschoben ist, wo das große Bild, diesen Trend nach oben auch entwickelt hat. Diese Marke hat halt gewisse Relevanzen. Hier war es ein bisschen zögerlich, der ganze Bereich. Also um die 1,61, 1,66. Beziehungsweise rein trendtechnisch gesehen von diesem großen Schub haben wir hier das Trendtief liegen bei 1,60, 1,50. Und dann stehen wir schon unten am Unterstützungsbereich, also auch am aktuellen Trendtief. Das ist der Weg, der hier nach unten vorgezeichnet wird. Und dann geht es jetzt nochmal in die Richtung der Indizes. Und wir sehen hier den Dow Jones. Wir hatten am Freitag auch den Dow Jones auf der Uhr gehabt. Da war es zum Hexensabbat am Morgen in der morgendlichen Besprechung noch so, dass wir hier oben mehr oder weniger eine Seitwärtsphase hatten. Auch immer mal so die Tendenz kurz nach oben zu laufen. Aber so richtig eine entscheidende Bewegung ist hier nicht gekommen. Kommt übrigens momentan auch immer noch nicht. Aber was wir sehen, ob nur hin oder her, wir sehen momentan ganz klar im Chart eine Korrektur dieser schönen, starken Aufwärtsbewegung. Woran erkennen wir das hier oben? Wir haben fallende Hochs und wir haben fallende Tiefs. Logisch, der Markt trendet abwärts. Das ist auch etwas, das wir sehr, sehr schön hier in der Stunde sehen können. Der ein oder andere wird jetzt sagen, naja, schön ist anders. Weil man sagt ja, ah, hier trendet er runter. Ah, Trendbruch wieder nach oben. Jetzt trendet er wieder runter. Oh, schon wieder Trendbruch. Das ist ja normal. Völlig okay. Das ist das Kleinteilige. Das sind die Dinge, die man im Intraday Trading nutzt. Wenn wir uns das Bild mal etwas größer anschauen, dann haben wir es halt hier, was ich auch eingezeichnet habe. Diese Linien sind ein kleines bisschen verrutscht. So, räume ich mal etwas auf. Also hier, das ist der Trend, der aktuell nach unten läuft. Und damit haben wir momentan halt die Abwärtsrichtung übergeordnet. Da heißt also an dieser Stelle, wir sind hier noch in einem Abwärtstrend verortet. Und der muss halt erst rausgenommen werden. Und das ist halt ein bisschen tricky, weil er wird halt erst dann raufgenommen. Wenn wir wirklich, also wenn wir ganz safe sein wollen, dann müssen wir schauen, dass wir hier oben drüber kommen. Nur, der Markt kann natürlich deutlich früher rumdrehen und hier schön anfangen zu trenden. Und dann haben wir natürlich Karten in die höheren Regionen reinzulaufen. Das heißt hier, wenn wir uns mal diese Level anschauen, die wir hier auch sehen, was auch Tageshoch sind. Die Marke von 27.191 hier an dieser Stelle. Und hier haben wir das Hoch bei 27.278, was hier vor uns liegt. Also durchaus könnte das ein positiver Tag werden, weil wir gestern auch was Interessantes gesehen haben. Da gehe ich gleich mal zurück in den Tageschart. Und zwar haben wir Folgendes gesehen. Wir sind zwar weiter nach unten gelaufen und wir sind hier in einem Bereich reingelaufen, der in der Stunde durchaus relevant ist. Das heißt hier, der Bereich 26.900 und 26.700. Hier sehen wir es auch. Da ging es so ein bisschen hin und her. Da hat der Markt eine Weile überlegt, was er macht. Und hier sind wir gestern im Tagestief reingepiekst und direkt nach oben raufgeschaut. Und das hier in Summe hat halt dazu geführt, dass der Markt so leicht nach oben läuft und hier den Weg nach oben angedeutet hat. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass er das nach oben mit reinnimmt. Das heißt, wir haben hier gestern eine schöne Umkehrkerze gesehen. Aber momentan ist das halt nur Gegenbewegung nach dem Schub nach unten. Was wir jetzt brauchen, ist der Weg nach oben. Und da haben wir ja gesprochen, wie das in der Stunde ausschauen wird. Wird das nicht passieren? Bleibt es momentan bei dieser Abverkaufsdynamik, die wir hier haben, auch, sag ich mal, durch die Voraussagen, die wir in Asien gesehen haben, dass der Markt auch volatil nach unten mitläuft. Das könnte uns natürlich in die Situation bringen, dass wir wieder nach unten laufen. Das heißt, für das kurzfristige Trading interessant wird es dann natürlich auch hier am Tagestief von gestern. Das haben wir ungefähr liegen um die 26.820 Zähler. Das Ganze wird dann spannend, wenn es nach unten weitergeht. Wie schon gesagt, wir sind hier dann in einem Support-Band. Tiefer kann es natürlich immer gehen. An Testlevel hier das Trendbildungslevel um die 26.547 als Swing-Trader sozusagen. Beziehungsweise hier die Oberseite, jetzt muss ich mal die runden Marken rausmachen, dass wir die Zahlen auch lesen können. Ich spreche hier nochmal von der Oberseite der Augustbox. Die hatten wir ja hier mit dem Freitagsbriefing besprochen. Das war das Hin- und Hergetangel in der Augustbox. Das kann natürlich auch immer nochmal ausgetestet werden. Und wenn es ganz heftig wird, natürlich auch noch das aktuelle Trend tief hier um die Marke von knapp 26.000 Zählern. Das müssen wir auf der Uhr haben. Noch ist es nicht so weit, aber man weiß ja nie, was kommt. Und deswegen sollte man für die Planung diese Dinge immer auf der Uhr mithaben. So, das zu den Handelsideen. Und damit schaue ich nochmal kurz rein, ob wir Fragen haben. Ah, ich sehe gerade, die Elena war auch so nett und hat im Facebook gleich mal die Seite zum Stereo-Trader geteilt. Freut mich sehr. Das ist eine feine Sache, die wir hier haben. Ich mache gleich mal folgendes. Ich kopiere diesen Link mal eben noch in den GoToWebinar-Chat, dass man auch hier mit reinschauen kann, um das Ganze sich mit anzuschauen. Das also dazu. Und damit schaue ich nochmal auf Fragen. Ah, jawohl. Wir haben den Austral-Dollar-japanischen Yen. Nun klar, den schauen wir uns auf alle Fälle an, Holger. Austral-Dollar-japanischer Yen auch hier auf der Uhr immer wieder. Und das Ganze natürlich im Tagesschart erst einmal begonnen anzufangen. Und hier sehen wir einen sehr schön laufenden Abwärtstrend. Also für diejenigen hier, die noch nicht ganz so geübt sind. Aber man sollte es halt einfach auch sehen. Hier, das ist der Schub nach unten. Also weiterhin schön verordert im Abwärtstrend. Und das Interessante hier an dieser Stelle natürlich zu sehen, wo wir hingelaufen sind. Weil es gibt immer wieder so relevante Level in den Chartverläufen. Und das sind halt im Abwärtstrend die Korrekturhochs. Da haben wir Widerstände liegen. Hier an dieser Stelle. Ja, logisch, dass der Widerstand jetzt grün wird. Wir wollen den natürlich nicht in grün haben, weil grün sind immer unsere Unterstützung hier in der charttechnischen Analyse. Das heißt, wir schauen mal rein. Wir sehen jetzt aktuell, wenn wir uns mal die laufende Korrektur anschauen, sehen wir zwei Fakten, die wirklich auch wichtig sind. Also das ist jetzt mal der abwärtsgerichtete Stundenchart an dieser Sache im kurzfristigen Bereich. Und der ist schön hier oben angestoßen. Und was wir hier sehen, ist wirklich der Abwärtstrend. Und im großen Bild auch der Abwärtstrend des Tages. Und damit gehen wir hier in den Tag hinein. Und wir sehen halt sehr, sehr schön, dass der Abwärtstrend der Stunde weiterhin die Korrektur ist. Das ist der schöne Anstieg hier auf dieser Seite. Und das ist ein interessantes Merkmal, was wir hier an dieser Stelle sehen. Und in diesen Charts, gerade in Charts, wie wir auch mit japanischen Währungen zwischen geratet haben, da haben wir immer wieder so eine Situation, dass wir hier dieses übergeordnete Bild haben. Hier der Markt bis unten herangelaufen im übergeordneten Abwärtsbild. Und dann gab es so eine Seitwärtsphase. Allerdings hat diese Seitwärtsphase hier dazu geführt, dass wir nochmal ein neues Tief geschrieben haben. Und das war schon ein signifikantes Tief. Wir sind nicht nur leicht hier unten drunter rausgelaufen, sondern schon ganz schön ordentlich unten drunter rein. Das heißt, wir haben einen tiefen Schub gemacht. Aber was wir hier gesehen haben, danach war die Situation, dass wir doch deutlich nach oben geschoben sind. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, und zwar hier, wir müssen erst mal anfangen, hier im kleinen Bild. Wir haben halt hier diesen Schub nach oben bekommen. Zack, da war er dann da. Und dann hat sich ein leichter Trend ausgebildet. Also, es gibt ja keine leichten und starken, erschweren Trends, sondern es gibt einfach nur Trend oder Nicht-Trend. Und der läuft jetzt hier nach oben. Und das Ganze müssen wir uns mal so ein bisschen im Detail anschauen, wo wir hier von der reinen Grundverordnung stehen. Das ist einfach dazu da, dass man sieht, was möchte ich denn jetzt traden. Wenn ich mir den Tagesschart an dieser Stelle anschaue, dann sehe ich ganz klar, wir haben hier einen Aufwärtstrend. Der korrigiert jetzt. Das ist auch ganz normal. Das ist so ein Flaggenmuster, was wir hier sehen an dieser Stelle. Also hier, wenn wir das mal nach unten ziehen, zack, das ziehe ich mal rüber. So, also wir haben hier eine Flagge, die nach unten läuft. Ich mache das mal noch hier nicht ausgefüllt, damit wir das Ganze besser sehen können. Das heißt, wir laufen hier in einem Kanal nach unten. Das ist die Situation, die ich gerade in der Stunde auch angezeichnet hatte, wo der Stundentrend auch noch absolut intakt nach unten gerichtet ist und gerade wieder umdreht. Das heißt, für diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich traden, macht es schon Sinn, jetzt mal die Stunde als Richtungsgeber zu nutzen und den Weg weiter nach unten zu traden, zumal wir hier gerade wieder rumdrehen und die Chance nach unten einer Fortsetzung schon mit da haben. Aber wer sich das Bild auf Tagesbasis anschaut und diesen Aufwärtstrend hier für sich als Richtungsgeber nutzt, der hat halt jetzt die Chance, den Ausbruch aus dieser Konstellation hier nach oben hin, also wenn der Stundentrend wieder rumdreht, dazu zu nutzen, die Oberseite anzuspielen. Und da haben wir ja auch schöne Level, da können wir schöne Zielmarke raussuchen, weil das Interessante hier an dieser Stelle ist, dass wir hier schön diesen Abwärtstrendverlauf haben und damit können wir natürlich auch gute Zielmarken nach oben setzen. Das heißt, hier oben dieser Bereich oder ich klemme einfach mal kurz die wichtigen Marker dran, dann sieht man es ja selbst auch. Also wir haben die Level hier schon mit da und das sind die Anlaufpunkte zur Oberseite. Das heißt, wenn wir tatsächlich hochbrechen sollten, hier haben wir das letzte Korrektur hoch, läuft der Markt rüber, wäre das der Ausbruch aus diesem abwärtslaufenden Trend und dann haben wir die Anlaufpunkte hier und das sind interessante Marker. Und das wäre dann genau das Szenario für diejenigen, die den Tagestrend hier nach oben laufen haben und das Ganze mittraden wollen. Und das ist die spannende Geschichte hier an dieser Stelle. Allerdings möchte ich hier auch noch mit sagen, im großen Bild, also das, was wir hier sehen, sorry, wie der Chart ausschaut, das ist Metatrader-Geschichte. Das ändere ich hier an dieser Stelle leider nicht, weil ich keine Chance habe, den Leuten von Metatrader zu sagen, wie sich ein ordentlicher Chart programmiert gehört. Aber sei es drum, zum Traden funktioniert das alle Male. Hier der Wochenchart und wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, dann sehen wir halt, rangezoomt mal etwas, weiterhin auch hier den laufenden Abwärtstrend. Und der ist intakt. Und wenn wir uns das Bild mal so anschauen, etwas weiter rangezoomt, dann haben wir hier definitiv in der letzten Woche eine Umkehrkerze bekommen. Umkehrkerze heißt, der Markt hat rumgedreht, gibt ein Schutzsignal in Richtung der übergeordneten Wochenbasis. Und das ist jetzt der Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, das Aufbäumen hier ist nur eine Gegenbewegung und wenn es wieder rumdreht, dann sollte man eher in Richtung der Woche traden. Und das ist dann wieder das Bild, wo Sie selbst entscheiden müssen, was Sie traden wollen und in welchen Zeitraum Sie traden wollen. Das heißt, wenn Sie eher das große Bild in der Woche traden wollen, ja, dann reicht es völlig aus, den Tag zu betrachten. Und da sehen wir hier, den Markt nach unten laufen momentan und wenn er einen Gegentrend ausbildet, dann einfach reinzugehen. Und das wäre dann auch die Bestätigung von dem, was wir in der Woche gesehen haben. Wer allerdings den Tagesschat hier anschaut und sich sagt, okay, es könnte ja jetzt durchaus wirklich nochmal zu einer Gegenbewegung auch in Richtung der Woche kommen, dann sehen wir hier ja steigende Notierung. Und da müssen wir ja gar nicht hier oben übers Hoch drüber gehen, sondern wir handeln einfach aus der Korrektur ein Stück weit nach oben. Und da hilft uns dann die Stunde. Das soweit dazu. Also, ich hoffe, Holger, das passt soweit für dich. Und ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Das heißt, danke für die Zeit heute Morgen wieder. Wir gehen jetzt rein ins Trading live an den Märkten. Und allen gute Trades, ein schönes Händchen oder ein gutes Händchen und ein ruhiges Händchen. Und damit sage ich Tschüss bis morgen, 38 pünktlich, zur Besprechung laufender Charts und neuer Handelsedien. Ich freue mich drauf und sage Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.